Norddeutscher Rundfunk 2021 Leute, spielt mal ein bisschen mit der Zeit, okay? Hört man auch, wie laut ich atme. Die Qualität war da! Hallo, ich bin Sophia Klein-Herne und ich bin heute im Training mic'd up. Und let's go! Komm, Jonna! Jonna ist zurück! Dann ist Dunsti so dran, nimmst du den Ball und sagt, sorry Leute, ich bin eigentlich nicht so. Aber ich muss mich meinem Team anpassen und spielt auch so! Yes! Finally! Hast du alles mit Gini? Ähm, außer Abschie. Ja, okay, macht Sinn. Verena! Ich dachte, wir machen Kreis. Hört man auch, wie laut ich atme. Gut. Wir stehen alle rechts von der Stange, da wo der Ball lag. Ja. Entschuldigung. Ja! Ah! Gut Freigang, gut so! Gut so Leute, sieht gut aus jetzt! Klatsch! Gut! Yes, kann sie! Machst du noch mit? Wie war's? Wie war's? Qualität war da! War da! Zeit, Zeit! Zentrum! Ja! Rechts kurz! Ja, Schäcki! Ja, Schäcki! Ja! Wenn ihr alle so guckt, könnt ihr wieder, okay? Ja, du kannst vor! Ja, Verena! Ja! Ja! Niki! Ja, Tanja! Ja! Ja, Diago! Gut, hab ich! Klatsch! Bin ich? Okay, wenn ich jung bin, Schäcki? Drei Tore plus! Ja? Äh, was? Drei Tore plus! Nächstes Essen geht auf mich! Du musst drei Tore machen oder mehr? Ach so! Und weniger, dann geht's auf dich! Ja, okay! Ja, direkt Verantwortung! Denn triffst es doppelt! Stopp! Okay, Alter! Aua! Jax! Ah, fuck! Ich hab'n Thema! Ne, ist raus! Ah doch, hier oben! Warte! Immer diese Viecher, ne? Oh, danke! Yes, Sophie! Mit der Zeit! Hey! Alle! Nein, deine Punkte! Ah! Ja! Sehr gut, Schäcki! Leute! Wir gewinnen! Digga! Leute, spielt mal ein bisschen mit der Zeit, okay? Ja! Yes, Guti! Ja! Ein! 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 Aua! Ich freu mich aufs Essen! Wir dürfen auch da essen! Wir dürfen auch da essen! Geh, wo du willst! Ja! 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 Schön! Schön! isión! Ja!